Leute, ich bin der Dominik und das ist BAM! Just Friends die Serie. Just Friends die Serie ist das vermutlich umfangreichste Vlog-Projekt in der Geschichte der gesamten Menschheit. Vier Schauspieler leben zusammen eine Woche, eine Villa bei komplettem Chaos. Unternehmen, dabei aber täglich neue Sachen und Abenteuer. Dazu gehören Radio-Interviews, dazu gehört Lasertag spielen, Escape Room, Bubble Soccer, Besuch in Domina Studio, Antesten des schärfsten Chilis der Welt und eine richtig fette, 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 fette Bull-Party, die mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Die ganzen Sachen liefen oft auch nicht ganz schmerzfrei ab, das ein oder andere Mal bei die Polizei oder auch der Notarzt involviert. Jetzt habe ich die hoheitliche Aufgabe, euch nochmal darauf hinzuweisen, dass Just Friends die Serie Premiere feiert am 21.01.2016, wo BAM! YouTube. Ihr könnt uns überall abonnieren, Facebook, Instagram für hinter den Kulissenbildern und natürlich nicht zu vergessen beim Kackvogel. Der Kackvogel verbindet den ganzen Scheiß miteinander und ihr seid immer up to date, sobald ihr dort ein Abochen hinterlasst. Also Leute, zieht euch mal rein, viel Spaß damit, macht es gut!